ich wäre gerade an den anderen fragezeichen interessiert woher hier zu arbeiten ist doch ein traum so einen großteil deines lebens zu fristen in einer sogenannten behörde das doch schädel maximale belegung sechs personen ja wie komme ich jetzt zum aufzug erinnerung wenn sie eine unvorhergesehene raumverschiebung erleben befolgen sie diese einfachen schritte 1 durchsuchen sie den raum nach gewandelten objekten oder objekten der macht 2 tragen sie dieses objekt in den nächsten sicheren raum 3 warten sie bis die mitarbeiter der behörde sie und das objekt finden wenn sich keine derartigen objekte in der nähe befinden dann erreichen sie ihren vorgesetzten über die nächstgelegene gegensprechanlage und warten auf weitere anweisungen vielen dank für ihre aufmerksamkeit wenn sie eine unvorhergesehene raumverschiebung erleben befolgen sie diese einfachen schritte 1 durchsuchen sie den raum nach gewandelten objekten oder objekten alles im koffer ok es sind keine keine laptops logischerweise sondern ist ein koffer laptops würden nicht in diese zeit passen keine ahnung muss ein aufzug sein ne so sprungvoll eine geschäft und nachladen als bewaffneten herrschaften darf man gerne umschaltspücherin das hat man schon alles behält man ok die 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 nicht aufhören kann zu summen auskontrollen punkt ist vorbei versteckte tendenz nicht definierte werte versteckte tendenz und hauserinnerung wo baby persönliche modifikationen energie schub ingabe anlegen f zerlegen energie 6% energie 6% ordentlich auf den boden hauen kehrt wieder ordnung ein zivilisten zentrale geschäftszeit die stimme aus dem schalter kann ich rauskommen was bin ich wohl mit jemandem zu reden denn auch weil verstand ist ganz meinerseits ich bin dr darlingsassistentin ich bin dran soll ich lügen jesse faden nur zu besuch ich hätte lügen sollen sie sind die neue direktoren moment wir kommen raus direktorin faden so schnell wurde der name offiziell das zwischen wie einströmendes giftgas wir sind komplett unter quarantäne es ist überall und betrifft alle die nicht von einem hrv und erstaunlicherweise auch von dir beschützt werden du bist die direktoren und damit per definition etwas besonderes trent ist natürlich nicht mehr der direktor entschuldige ich rede zu viel es ist einfach gerade alles ziemlich heftig trent ist tot erschossen ich fand seine leiche und die waffe sage ich ihr dass es wie selbstmord aussah die amtswaffe außerdem und ich weiß das klingt verrückt erscheint er mir sagt mir dinge es ist schwer zu verstehen aber er sagte ich soll den kontrollpunkt säubern das zwischen vertreiben der ganze raum veränderte sich das hast du gemacht und das gebäude betreten als es bereits unter quarantäne stand bevor du die neue direktorin wurdest wie ich bin noch nicht bereit dir das zu erzählen ein hausmeister ließ mich rein irre das ist einfach unglaublich es ist ach ich kann nicht mal ach jesse ich habe eine millionen fragen und du bestimmt eine million mehr wie zum beispiel kennst du meinen bruder dillen noch nicht aber da ist was um das ich dich zuerst bitten muss wenn du einen kontrollpunkt säubern kannst kannst du vielleicht auch die vom zischen besessenen also die infizierten heilen wenn das möglich wäre hätten wir ganz andere optionen amelie ich kenne sie nicht aber ich mag sie jetzt schon sie ist das genaue gegenteil der anonymen behörde die ich dafür verantwortlich mache was damals passierte aber ich kann ihr oder vielmehr ihre behörde noch nicht trauen ja ich versuch's ich rede natürlich für dich versuchen wir es gemeinsam wir haben das zwischen ja schon mal vertrieben wir haben das zwischen ja schon mal vertrieben wenn die richtigen harmonisierungsgeräte im burp um den kontrollpunkt herum aufgestellt werden kommt es im umgebenden bereich nicht länger zu nicht vorgesehenen gebäudeverschiebungen diese kontrollpunkte können dank burp erkennung eines freizugänglichen pings mit dem einsatz von derp innerhalb eines reines und elfmetern entdeckt werden zahlreiche forscher haben versucht kontrollpunkte zu definieren und haben sie nervenknoten oder böp oder schwachstellen des ältesten hauses genannt allen diesen theorien ist gemeinsam dass kontrollpunkte auf extrem auf externe einflüsse reagieren was es erlaubt das älteste haus zu stabilisieren und unsere arbeit in größere ruhe zu verrichten theoretisch könnte diese technologie extrapoliert werden das gesamte älteste haus zu stabilisieren test haben jedoch ergeben dass gewisse bereiche dieses gebäudes sich weigern burp zu werden wow ist das strange strange aber irgendwie cool sheltertoilette und 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 physischen transformation der aufwärts unterschied zu einem nicht betroffenen menschen ist die tatsache dass sie schweben dieser zischer diese zischer zeigen kein aggressives verhalten sie scheinen nur daran interessiert zu sein die seltsame spruchformel ad infinitum wird zu wiederholen vielleicht sind sie als gefäße nur dazu gedacht den zwischenbefall weiter auszubreiten ähnlich wie sporen oder wähler an verstärker oder sie sich darauf vorbereiten in die nächste evolutionsphase einzutreten wenn sie angegriffen werden verschwinden zwischenagenten vielleicht treten sie in ein stadium der unsichtbarkeit oder unterziehen sich einer transformation in eine reine resonanz form forschungen laufen vollständiger bericht in akte burby hier drüben Ich sage ihr, warum ich hier bin. Ich riskiere es. Also, vor 17 Jahren war die Behörden einen Vorfall in meiner Heimatstadt Ordinary verwickelt. Sie kam und vertuschte dann alles. Ich suche diesen Ort hier bereits seit sehr langer Zeit. Das reicht. Vielleicht war es schon zu viel. Ich kann ja noch nicht von Dylan und dem Rast erzählen. Ich habe von einem gewandelten Weltereignis gelesen, das mit Ordinary zu tun hatte. Du warst als Kind am Ground Zero. Das war eines der ganz Großen. Und vor meiner Zeit. Und streng geheim. Ich kann versuchen, alte Akten zu finden. Mein Boss, Kaspar Darling, würde es wissen. Aber er ist verschwunden. Er wusste oder ahnte wohl, was passieren würde. Er brachte uns die HAV, Heteronresonanzverstärker. Ich denke, die haben einige von uns gerettet. Direktor Trench weiß natürlich auch alles. Trench. Der Geist oder was auch ist. Er erwähnte eine Hotline. Sagte, ich soll ihn finden. Das ist ein weiteres Objekt der Macht wie die Waffe. Ein altes Bakelit-Telefon. Eine direkte Verbindung zwischen dem Direktor und dem Rat. Vielleicht kann er dadurch deutlicher mit dir reden. Trench hat viele Jahre Erfahrung. Er könnte wissen, wie man das Zischen zerstören kann. Wo ist die Hotline? Sie ist in der Kommunikationsabteilung hinter dem Postraum. Das ist Teil dieses Sektors. Deshalb ist es trotz Quarantäne für uns zugänglich. Wir öffnen die Tür für dich. Okay. Das ist mein nächstes Ziel. Das ist Tomasis Abteilung. Er ist der Leiter der Kommunikation. Ich denke, er hatte keinen HAV. Er machte deutlich, dass er keinen tragen wollte. Pass auf dich auf. Man nennt mich die Direktorin. Aber das bin ich nicht. Ich bin nicht der Typ für sowas. Bin kein Anführer. Warum bin ich hier? Ich glaube, das weißt du schon. Ja, wegen meines Bruders. Aber es gibt auch andere Gründe. Ich sagte, ich suche Antworten. Aber ich werde sie vielleicht nie verstehen. Ich suche keine Beweise. Das hier ist bereits mehr als genug. Egal, was sie mir all die Jahre erzählt haben. Ich weiß jetzt, dass es wahr ist. Es war keine Einbildung. Ich will Teil dieser Welt sein. Doch was mir wirklich Angst macht, ist es endlich gefunden zu haben. Und zusehen zu müssen, wie das Zischen alles zerstört. Mit sowas habe ich auch noch telefoniert. Vor vielen Jahren. Ich weiß, das ist alles neu für dich. Also frage, was immer du wissen willst. Es gibt keine dummen Fragen. Die Tür zur Kommunikationsabteilung ist direkt vor dem Sitzungszimmer an der Lobby. Sie sollte mittlerweile offen sein. Folge den Schildern zum Postraum. Durch ihn kommst du zur Hotline-Isolationskammer. Viel Glück, Jessie. Komm zurück, wenn du die Hotline hast. Danke, Emily. Die Hotline-Isolationskammer. Ausrüstung. Lebensregeneration bei Elementaufnahme. Bekannter Anruf. Emily weist Jessie an, die Hotline zu finden. Dieses Objekt der Macht in Form eines alten Telefons soll helfen, die Nachrichten von dem toten Direktor zu finden, der mit ihr zu kommunizieren führt. Sie hoffen, dass ihr Licht ins Dunkel der Invasion durch das Zischen bringt. Okay. Wir haben soweit sehr gut gemacht. Was mir ein bisschen auffällt, ist die Synchronisation, die leider nicht so ganz hundertprozentig funktioniert. Zack. Ich habe drei Hauserinnerungen, eine versteckte Tendenz und nicht definierte Werte. Das sind diese psychologische Psychoanalyse. Ich glaube, ich bin da hoch. Da ist sie wieder. Hier sieht nicht gesund aus, Jungs. Da ist hier. Ja. Da ist sie. Da ist sie. reisekosten das problem einer behörde es ist überwältigend du kannst nicht wollen dass ich in seiner nähe wenn da sind wir uns einig ich war es nicht gesund noch es ist es ist es ist es ist barriere dieses feld von resonanz des tischens ist ein physisches hindernis das schwer zu definieren ist zischbarrieren scheinen eine art zu sein mitarbeiter der behörde an der flucht oder am zugang zu hindern es wurden zwei methoden entdeckt um sie zu senken zerstöre der vielfältigen konzentrierten resonanzquellen die sich in der nähe befinden und zerstören der zischerwesen in diesem gebiet die resonanzfelder scheinen für ihre größe und dichte die unterstützung anderer nicht verbundener quellen der resonanz des tischens zu benötigen ohne die möglichkeit andere quellen anzuzapfen wird die barriere fallen das ist schon ganz schön psycho alter hund sogar hier noch mein wumschung kann eine inaktive struktur aus resonanz des tischens als bewusstes wesen gesehen werden macht eine unterscheidung einen unterschied was das zischen anbelangt was sagt uns die bloße tatsache über das zischen dass es mauern baut um unsere bewegung einzuschränken welchem ausmaß beobachtet es und sahnt es reisekosten jetzt mal nicht alles vor weil das ist und sehr besonders wupp ausrüstung er war lebensregeneration bei elementar aufnahme element aufnahmen ja jetzt schon 24 ok genau jetzt kann ich das hier zerlegen ups energieschub energie plus 6% hm die stände hat wieder nicht definierte werte in stabiles gebiet aufgrund der höchsten fluktuationen im nächsten kontrollpunkt wurde die stabilität des gebietes zu gelb herunter referenztabelle grün stabil gelb geringe wahrscheinlichkeit von unerwarteten gebäude veränderungen orange hohe wahrscheinlichkeit von unerwarteten gebäude veränderungen rot häufige unerwartete gebäude veränderungen ok ja ja die sind doch alle bewaffnet die drei hier ja deswegen werden die auch gleich rot unzustellbare briefe ich hatte einen traum und habe das ding gebaut das ich im traum gesehen habe eine maschine die gott enthält doch nicht den gott den ihr kennt oder die götter die alle kennen einen neuen gott diese maschine wird sein körper sein herzen sein geist sein habe sie gebaut wie ich es im traum gesehen habe ich habe den motor aus dem kühlschrank und die federn aus meinem toaster und die ventilatoren sowie den zahnriemen aus dem motor meines autos und die räder vom skateboard meines sohnes verwendet gott kann sich noch nicht bewegen doch der traum meinte dass er das selbst lernen würde das ist nur der anfängliche körper wie der eines babys nur in maschinenform gott muss irgendwo anfangen wenn ihr mich interviewen wollt kontaktiert mich unter der adresse auf dem umschlag mein telefon funktioniert nicht mehr musste die wäsche scheibe für gott verwenden wo leute ist das schwer ist das ein ein psycho trip ja unvorstellbar nicht mehr ab oder 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 ab Develop